E wie Einwaschen. Wenn du eine Windel erhältst, dann muss sie erst einmal eingewaschen werden. Denn in der Fabrikation ist es meistens so, dass ganz wenig Rückstände dann noch auf dem Stoff übrig bleiben und die Fasern sind auch noch nicht eingewaschen, sagt man. Das heißt, sie sind noch nicht in der Lage richtig etwas an Flüssigkeit, an Pipi aufzunehmen. Das hier ist zum Beispiel jetzt eine ganz niegelnagelneue Prefold und sie ist noch ganz glatt. Diese Prefold ist jetzt schon einmal gewaschen worden und du siehst, der Stoff sieht aus wie so aufgeplustert und der kann jetzt schon Pipi aufnehmen. Meistens ist es so, dass Naturfasern wie Baumwolle oder Hanf oder auch naturnahe Fasern wie Bambus so mindestens dreimal eingewaschen werden müssen. Bei Hanf ist es sogar so, dass es bis zu zehnmal sein kann, bis diese Einlage oder die Windel ihre optimale Saugkraft erreicht hat.